es ist jetzt jetzt wo die kommt alles durchsuchen essen im maßen uja gibt es auch essen naja cool für sich erstmal fürs schreien eine gurke reinhauen wir haben ja kein auto mehr wofür habe ich ein heikett für heiko mitgenommen ich stehe da so in der hausrunde niki hast du noch Platz ja ja hier ist genug essen achso ja 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 und trinken ich bin cool ich hab zu viel munition brauche ich eine schrotflinten munition nein brauche ich die 726er ich bin cool lass mal hier was passieren hier paar halbwegs rauswerfen scheiße genug munition hier ist genug essen alter ich eigentlich 726er dabei nee drei millimeter nein nein bücher 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 ist gut essen bücher ist gut ich hab mir essen in maßen das will wohl keiner ich muss ja schon mal gucken wo ihr seid das ist das Problem ich hab das halt weg ich geh heute einfach oh essen oh Gott reinziehen verbände ok ja ich hab hier alles essen mitgenommen jetzt eben auch gleich mal wir sind das ja schönes wenn munition kaffeebohnen aber ja gut ja doch eigentlich und jetzt haben wir kein auto also so reinziehen oh ich kann was lesen trinken trinken ist gut hauptes wasser trinken da sitzt drin da ist auch nicht drin ich sehe die wappen hier geht es noch ein stück höher oh hier ist eine 3er drin wir kriegen die jetzt rein ja aber die lehre nehme ich mit noch mal die austrinken und wir haben kein auto mehr die tauschen voll wer geht jetzt noch aus in die karren und halb voll hier ist munition brauche einer 44er 7,2er ich kann nichts mehr mitnehmen ich habe zu viel fressen eingepackt hä was ist denn da unterm bett kann man das bett nehmen so essen habe ich auch hier kommen wir nicht rein freischalten ja ja da brauche ich ein brechhausen ach so ja das haben wir zu hause ne dann kommst du da rein so viel essen hier schöne schulen ich lass meinen bogen hier ich brauche den bogen nicht dann nehme ich das essen mit hey hier geht es noch weiter das gesehen hier geht es sogar noch am dachboden munition und ich kann nichts mehr mitnehmen ich habe zu viel egal ich fresse jetzt einfach aus warum ich jetzt wollen wir das uh elektrische rochplatte zwei stück so jetzt kann ich wieder munition mitnehmen zock und auch mehr essen oh Gott aus Sicht also wer ist noch mehr essen also essen habe ich ja jetzt massig auch gefunden Niki hier ist noch munition drin jetzt sogar noch ich kann gar nicht einkaufen gucken wow schalldämpfer und erweiterung erweiterung Pistolen schalldämpfer oh den immer hey ja das brauche ich den habe ich schon genommen ach so ja dann ist schon benedigt aber ich habe zu viel pressen drin darum kann ich das nicht ändern oder doch jetzt ausrüsten nein man äh modifizieren ach guck mal ob der geht ne ich kann ja nur mit ach doch cool mal gucken ob es geht da da ist sie da ist sie alter so viel muni was machen wir mit der ganzen munition hier alles munition in den kleinen schwank nicht schlecht ich brauche für die Pistole den Schalter entverstanden hä kann ich dir nicht geben den brauche ich selber ja genau hier alles munition für brauchst du für die Pistole den Schalldämpfer weil ich eine Pistole habe und du nicht doch ich habe auch eine da ist ja egal ich kann dir ja geben komm her ich gebe ihn dir dann ich mache ja die Pistole sonst so weg wo bist denn du draußen ja komm wieder hoch ach scheiße ich habe zu viel Muni einpacken Moment ich muss erstmal Munition wegmachen ich komme runter wo schießt du denn hier rum was schießt du denn das ist schon leer soll ich dir die ganze Waffe wegwerfen hier wieso die ganze Waffe ja wenn ich keinen Platz habe ok habe ich sie nein habe ich sie nicht die liegt hinter dir werf doch deine Pistole raus und in die Pistole ist schon so 44er Munition hast du raus geworfen deine ja gut dann nehme ich dann nehme ich dann hebe ich jetzt gleich deine oh das ist doch die falsche was ach hey werf sie doch einfach ein Stückchen weiter weg dann hole ich mir deine und du nimmst die was ist denn dabei so oh jawohl das kann ich den Rucksack nicht tauschen ach Gott große Rucksack jetzt habe ich jetzt habe ich andere Munition für die Scheiße was ist denn das ach 44er brauch ich doch gar nicht hey schau mal die Waffe die gefunden haben Stefan hä ja lol guck mal meine an wie kann ich jetzt schnell Feuer reinstellen mit B umstellen gehen wir mal ins nächste Haus rein irgendwo muss der Heiko umhängen hier war auch noch keiner das kriege ich doch gar nicht alles mit wir haben ein Problem Essen in Massen hör auf mich rumzuschießen du Geier hier ist Essen in Massen brauchst du was zu trinken da ist noch eine Trinkflasche drin keine Ahnung wo Heiko rum läuft wo sind meine Rucksack jetzt ich brauche mein Zeug wieder jetzt habe ich auch 44er Munition erstmal warum ich denn jetzt meine Zeug ach da ich habe keinen Platz mehr Niki für Pult ja der große Rucksack ist aber auch nicht so groß meiner ist groß äh der auch schon mal ein bisschen komm ich da nicht hin hm hm wir wissen ja noch nicht mal wo du rumhängst da in den Innenhaus ja aber der erste Mal noch nicht gestorben ich weiß gar nicht wo er ist du bist da also noch mal da rum dann muss der Heiko irgendwo da sein und wir haben noch nicht mal Auto um die Sachen unterzukriegen Juli aber ich weiß dass es ziemlich weit ist zum Heimlaufen hier Bücher ohne Ende cool verwenden 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 ich darf das kannst lesen so bin ich jetzt an hier so eine Tür jetzt da ist ein zombie oh Gott steckt fest ich steck aber auch fest was Wasserflaschen cool ich kann mal direkt was trinken ich kann mal direkt was trinken ich kann mal direkt wieder aufs Essen also Essen gibt's hier genug ne Niki also Essens reichlich das stimmt oje oje klopp mein Spiel hat ach jetzt ist es offen äh ja hier gibt's auch ein Klamotten aber schon wieder so ein Zahn obwohl ich schwitze eigentlich viel zu viel oder eh alles gut bin ich hier draußen hä äh 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 ich höre Mikrofon höre ich zu Stefan ne hier ist ja irgendein Zombie aber wo ich war hier gerade in den Maustern da kloppt irgendein Zombie und wieder Munition alles boah nehme ich alles mit kann ich alles gebrauchen aber ich brauche euch was mit Motivation gibt's ja keine Zeitschrift oder sowas ess doch irgendwas das hat man mit Motivation doch du musst die kleinen Dosen essen oh Kücher Mediziner ja ja wenns die kleinen Dosen ist dann geht die Motivation hoch kann ich auch nicht lesen oh ich hab den Zombie gefunden und ich hab den gesagt aber im Zombie warum bockst du mich geflogen mal leer alles munition ich habe auch schon oder munition gefunden ja aber auch leider nicht stapeln ist gut zwölf millimeter das haben wir nicht wenn ich nicht jetzt drücken diesel diesel dies was ich brauche das gebäude rein ich bin hier hoch da wo ich hier trennen hier ist noch eine tür hier ist das so hier gibt es so viel essen auch eine munition gibt sie genug ich finde gehen ja wo nicht die ich brauche das ist ja als munition habe ich auch offen dabei und voll und ja die munition was du brauchst das hat sie überall ich habe die noch nicht gefunden 7 762 er 762 ich bring dir was mit du musst euch was freischalten ja da ist die tür das sind sie ja da brauchst du dings ums er 762 ja gut so jedes mal wenn die bücher lesen du es dann verlierst dann motivation ja mann hier 762 ja genau die brauche ich in der haus in welchem haus ich doch nicht da hat schöne waffen drinnen kann es keine mehr nehmen ich suche gerade einen heiko ich weiß auch nicht wer da rum hängt der muss irgendwo da rum hängen so waffenkunde habe ich erlernt wo bist du du ja in dem haus ja da in dem großen haus drinnen da büchsenfutter unheimlich viel maschinenbau habe ich doch erlernt der muss irgendwo hier drin sind da ist er doch hier komm her so eisenbomben brauche ich noch komm her ich bin doch noch an durchsuchen alter ich habe keine munition mit hier ja ja ich höre die jetzt runter doch ach meine munition äh motivation ja hier liegt doch munition am boden motivation ist unten du hast gesagt du brauchst munition und motivation ja dann es was müssen wir müssen die munition liegt hier bei mir am boden in der ecke da am boden liebte kaffee ich weiß mich holt ja wohl ich hier stärke ja erstmal ich habe so viel scheiße dann weiß ich wohin damit nimm deine munition hier mit ja doch ich bin doch hier liegt da am boden ich weiß noch gar nicht wo du bist ja hinter dir du flome hier hinter mir ist keter du bist doch im kühlschrank oder ja nicht also wo ist denn der alkohol ich bin in dem haus ja wo im haus in irgendein haus so das ist wiki der alkohol ist da hinten irgendwo komm wir müssen den mal suchen so mal gucken wo ihr seid mal im drücken oh gott ich bin ja weit weg von euch da muss ja wo der hinten sein da seid ihr irgendwo da hinten kommt was gelaufen da ist er hier deine munition habe ich schon genommen habe ich dir rausgeworfen ach da oh gott vision wo komm schon zuhör ich komm nicht weg ich glaub das nicht wo steckt denn Niki jetzt oh gottchen weizen schuss grad mal ja du musst hier nicht für häusern gucken wow ich war die ganze zeit in ein haus ich hab keine munition geladen du arschloch bist du ohne dann komm mit ins nächste haus hier heiko hier werden wir schon munition zünden ja wo essen in massen äh lass mich hör doch mal auf ich wollte doch hier grad gucken du bist du bist du es rennt ja weg hier ich hab munition geholt hier hier habe ich wieder rausgeworfen ja ich sehe es äh fast voll so ach mal was essen ja essen habe ich genug muss man hier rein gucken doch nicht drauf ich weiß aber wir haben kein auto ich kann meine motivation ich habe eine zeitschrift gefunden cool aber die großen wasserflaschen die sind so cool und da hast du mal geplatzt warum ich schlafzimmer gibt es gar nichts doppelt doch also hier gibt es nichts aber es kann ich meine motivation auch mal hoch bauen ich höre was davon passt seitdem es kommt schon wieder ein zombie ich bin erlesen ich bin schneller ja das war das doch nicht wir nirg wo bist du denn im haus drin naja das ist meine aussage in der haus ich auch ich hab grad helga von hinten erschossen hier munition für heiko ah ich will die große wasserflasche mitnehmen ähm ich habe viel zu viel pressen mit allem reinpacken so meine motivation ist gleich oben was meine suche oben jetzt ja was ist oben aber über 50 ja wir haben helfen wegen munition also waffen öl aber das pack ich mal hier hin dann tausche ich mal auch voll ne und da ich glaube kriegt besucht die großen wasserflaschen sind nämlich cool also zwei stück habe ich ich will aber eigentlich noch da kann ich die kleine noch mal mitnehmen hier ist auch noch eine volle trainer und der platz immer noch der platz ganze kiste mit waffen und kann keine nehmen dass ich da zum scheiß nicht ich habe hier von heiko munition ohne hände ja ich stehe noch hier so und luder hier mit der motivation ja gut da ist die bald voll ich hab ich mit lesen bin und dieser blöde zombie ich kann sagen zombie ja ich höre da muss irgendwo hier sein weil ich höre noch vorhin stand er noch zwischen tür und wand habe ich auf den geschossen ist die tür weg geflogen ganz große wasserflaschen also zwei stück habe ich schon von den großen okay nimm noch ein paar mit für dich ich finde die kuh ich meine die verstopfen zwar bitte das inventar wo die sind cool ganze drei matros trinken auch bücher so fast alles 100 prozent einmal frei jetzt bin ich doch jetzt bin ich doch motiviert du kannst du kannst die bücher nicht lesen ich habe es gehört hier hier ist ein schrank da ich habe da munition hingelegt so viel essen wenn ich dir jetzt ein bild mal vom inventar ne dann fällst du alle schrotflinten munition so komm wir müssen gucken gehen ob der alte da oben das ding wieder hat oder das nochmal wo bist du du bist ja raus hier schau mal heikel die schöne waffe was ich gefunden hab wow ach das machst du jetzt mit schießen oder das kann ich auch ne b90 ne b90 im haus drin hat es diese waffen will die hoch haben das kann ich auch also hebt sie auf heiko wo was doch bitte schenk sie dir b40 warte 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 das wäre ach die kann ich nicht auf einmal hat die von der munition 9 mm sieben noch was sieben noch was 9 mm und ich habe keine ich glaube im millimeter ja habe ich medikamente ja aber wie kriege ich jetzt die waffe rein ich esse einfach mal was 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 so 9 mm die passen nicht rein ich esse ja ist von der klamotten das schwein schwein und die gehen wir mal gucken ich bin schon unterwegs da kann man ja stehen lassen der lebt ja ja alles gut alles gut ich bin anzutieren ja ja aber pass auf dass kein zombie kommt ja ich schon kann ich nicht meine ach so geht das überhaupt ich glaube die falsche richtung falsch ne die boffen werden ja ja nicht angezeigt du was haben wir denn noch weg wenn ich jetzt die nehme und geht silva was findest du nicht äh musste mal gucken irgendwo unterbauen auf dem stapeln ist gut alter weißt du wie weit wir nach hause rennen müssen wir sind da und müssen bis dort so stoff das brauchen wir auch nicht ja empfindliche teile die brauchen so jetzt müsste ich doch eigentlich die waffe aufheben können so lange bis du da bist ich weiß nicht mal was für meine konditionen ich hab noch was gefunden jungs ja da kann ich nicht alleine gehen das bringt nichts da was denn ich bin ja hinter dir dann schau schon mal da hinein sagen wir mal schauen was da unten gibt da gibt es Minenzeug wie heißt das ah da gehen wir zuerst hoch ins Auto abladen da gehen wir da runter und holen uns mal ein bisschen ein paar Sprengsätze ne ich weiß nicht ob die da gibt schauen wir mal weil der Heiko steht ja da und ist irgendwas am machen ja dann soll er es machen wenn er will ne wir können ihn ja später so ist doch Speer weg ach Gott so über drei Hilfe haben wir die Pistole bedarf und die Pistole nicht sammeln so gut ein Speer habe ich weggewogen brauche ich nicht also das ist doch eine fix scheiße ich diese verdammte wir haben so viel Scheiß hier drin so haben wir das gesammelt das brauche ich jetzt auch nicht das auch nicht ein Speer brauche ich auch nicht so äh Pistole kann ich dir mal hier reinpacken und mal reparieren ähm ausrüsten Wartung Multiplikation äh eine Idee ja brauchst du Schrotflinten Munition nein ich habe einen ganzen Arsch voll so gut ja ja kann ich auch nehmen ja so jetzt raus muss ich ja mal gucken wo ich habe von einem ins Auto getan hier die sind so weit weg hier ich glaube schlank guck mal Niki guck mal rausfällt leid der in 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 Vielen Dank.